Das Genehm wird uns arg. Einmal Küsschen kriegen. Da wird sie so etwas mehr geniegt in die Wendung rein. Genau. So müssen sie von da noch inneren Schenkel, die wohl machen wollen, über die Impfstelle. Genau. Bei Stellung und Bewegung sind sie da. Erstmal muss sie da vor dem Kreis nachziehen. Voll. Ich wackel hier die ganze Zeit rum. Du stehst im Weg. Die Wendung stellt sich gerade auf. Jetzt ist das Wasserklang auf. Das ist ein weiteres Kahn. 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 Vielen Dank. 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 Okay.